Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Menschenjagd anzunehmen bei Marshal Daken im Wald von Elvin an dieser Position. Vorquest ist der Sammler. Ich nehme die Quest gleich mal an. Man benötigt nun den Ring des Sammlers. Ich werde mich nun ins Questgebiet begeben und sobald ich dort bin, werde ich mich wieder bei euch melden, um euch zu zeigen, wo der Sammler ist und wie ich da hingekommen bin. Bis gleich. Gleich bin ich angekommen. Bin jetzt einfach diesen Weg entlang gelaufen. Hier rechts abgebogen zu diesem Bauernhof. Und man muss zu diesem Häuschen hier. Und hier erkennt man, dass in diesem Haus Morgan der Sammler drin ist. Stufe 10. Also, hier bin ich. Und da drin sind drei Gegner. Ich werde es allein versuchen. Ob ich es schaffe, kann ich nicht sagen. Ich habe den Mail eingeladen. Aber ich glaube, jetzt bekommt sie nicht mehr, weil zu spät angenommen. Schade. Nun diesen Morgen der Sammler bluten. Also unbedingt seine Leiche luten. Ja, super. Mir wird geholfen. Und nun heißt es Quest abgeben. Ich werde jetzt einfach mein Rührstein benutzen, weil der Wind Goldhain ist. Also hoffe ich. Jawohl. Ansonsten einfach diesen Weg zurücklaufen nach Goldhain. So. Also wie gerade erwähnt, unbedingt die Leiche von morgen looten, weil in WoW Classic gibt es kein Massenloot. Und Quest ist abzugeben bei Marshall Ducken. In Wald von Erwin. An dieser Position. Hoffen, mein Video konnte euch helfen. Eizocke. Ende.